hallo leute ich bin der miro und heute gibt es zur einstimmung eine ganz schnelle runde modern warfare remastered suchen und zerstören ich wünsche euch viel spaß jetzt und los geht's ich hab mir die bombe ne oh leute ich hab einen gehetet du sollst ihn töten junge einer ist im bus drin hab einen headshot aber nicht in den bus oder doch doch alter das ganz rechts im ex sind zwei hier oder was geradeaus da waren gerade zwei sniper ein habe ich gehebt hat oh leute ist schon da und alle ja haben wir heute hinterlaufen wenn es das mein rainbow machen das ist noch mal aufgespürt ich muss einfach direkt sniper dem jungen und hinten durchschnipen ich hab grad zwei ich die macht leider kein one shot glaube ich außer ich drücken hätte und hinten laufen sie doch schon los standortgranate ja ich hab grad ordentlich nen hit bekommen ich auch vom sniper ich hab jetzt einen mal hab einen wer hat einen achso wir müssen ja gar keine bombe legen ist irgendwas an dem panzer der kommt jetzt zu dem komischen müllhaufen in der mitte wer kommt da er ist tot wer ein toter also jetzt mittlerweile er ist tot wer ein toter alter was am sparen noch ich seh ihn ich seh ihn ne doch nicht alter der liegt ganz übel ganz hinten links war mirro ich habe mich gerade mit dem gebettelt der das sniper gehabt du bist so ein wichser da komme ich angeschlichen also scheiß spasti junge alter er hat wahrscheinlich harten scopes gemacht ich hab extra gequick scoped es macht ja keinen spaß mit mir so zu stellen zu spielen mit mirro spielen macht gar keinen spaß mehr ist nicht das game ich hab ne drohne schön für dich hinterm container bei b sitzt ein sniper ja tot hab einen die anderen beiden sind glaub ich hinten im spawner ich auch einen hab ich ah lol das sind ja leute hat der den jetzt mit raketenwerfer geklaut ich mach keinen spaß mit dir ach ne ich hab den trotz der da mit raketenwerfer ein der typ vor mir alter suche in und zerstören suche in und zerstören ja ha 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 standard oh ich bin dauernd mit granat wow nein er kommt da rein gejumpt der wichser der ist alleine mit schab dann toll Wir haben diese Runde verloren. Das ist doch kacke hier. Alter, wie ist sie noch am spawnen sitzen? Seitenwechsel. Seitenwechsel. Alter, ich will meine Barret. Ja, dann müssen wir das Spiel wohl heute noch ein bisschen spielen. Ne, ey. Das war ich. Wenn du so ein dicker Bock bist. Hab einen. Ja, wo ist er denn? Ja, genau. Scheiße. Boah, ja, so ein großer Red Bull, Alter. Bam, hab auch einen. Da lag sogar einer. Wir haben eine Bombe gelaufen. Da ist einer drinne. Schützen. Ich weiß nicht. Kann ja nicht. Der hat ja die gelegt. Aber wir haben gewonnen. Hä, müssen wir nicht noch entschärfen? Ne, wir haben ja gelegt. Und so schnell ist auch schon wieder ein Match Suchen und Zerstören vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wie viel jetzt Call of Duty Modern Warfare kommen wird, weiß ich noch nicht so genau. Wahrscheinlich kommt auch ein bisschen Zombie-Modus. Das werde ich mal schauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye-bye, Leute. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.